Jo Jo Jo! Willkommen bei der Familie Sekerji! Sag mal Hallo! Jo! Hallo! Wir sind voll aus. Ich hol euch wieder ab. Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter. Mein Mann hat sein Büro gleich da vorn. Willkommen! Lurik! Lurik! Oh Gott! Lurik! Hast du dich bei den Todesopfern um Ihren Mann? Hat er Feinde? War er ein Muslim? Bitte? Sie wollen doch auch wissen, wer Ihre Familie getötet hat. Es ist nur eine Türken-Gegend, wo das Büro von meinem Mann ist. Doch, da war eine Frau, die halt ihr Fahrrad vor seinem Büro abgestellt. Das war eine Deutsche. Ich war so deutsch wie ich bin. Du hast recht gehabt. Es waren Nazis. Die Bullen haben die Täter erwischt. Ich die Fingerabdrücke der beiden Angeklagten. Haben Sie noch weitere Fingerabdrücke gefunden? Also eine weitere tatbeteiligte Person? Ich möchte, dass du morgen zu Hause bleibst. Warum? Das könnte hart für dich werden. Mein Sohn verehrt Arthur Fiedler. Was mein Sohn getan hat, ist großhaft. Oh mein Gott! Halt! Halt! Stätte in der Polizei, sagte er, dass wir was bei dir gefunden haben. Diese sind meine Freunde. Haben Sie sie gesehen? Ich kenne diese Leute nicht. Wissen Sie das? Meine Freunde. Das ist das hier für ein Symbol auf dem Banner. Du bringst dich doch nur in Schwierigkeiten! Stell dir mal vor, die hätten mich und Rocco erwischt. Nein. Und Nuri hätte überlebt. Nein! Der hätte das ganze Geplänkel nicht mitgemacht. Nein! Ich bin hier, ihr Mitch! Nein! Die werden ihre Strafe kriegen, das schwöre ich dir.